Servus, Grüß Gott, Moin, Gude, Herzlich Willkommen auf unserem Kanal. Im neuen Jahr berichten wir über Otto Schuhart, den Kommandanten von U29. Bereits einen Monat vor Günther Priens Einbruch in die Bucht von Skabafloh zeigte die deutsche U-Boot-Waffe der Royal Navy ihre Zähne und demonstrierte, dass das U-Boot der künftige Herrscher der Ozeane sein würde. Am 17. September 1939 torpedierte Otto Schuhart mit seinem U29 südwestlich von Irland HMS Courageous, die sich dort auf der Jagd nach deutschen U-Booten befand. Damit war Schuhart der erste Kommandant, der einen Flugzeugträger versenkte. Geboren am 1. April 1909 in der Hansestadt Hamburg, trat er genau 20 Jahre später als Seeoffiziersanwärter in die damalige Reismarine ein. Nach der infanteristischen Ausbildung kam er am 1. Juli 1929 auf das Segelschulschiff Niobe zur praktischen Bordausbildung. Von Mitte Oktober bis Anfang Januar 1930 auf der Marineschule Mürwig ging es für den jungen Seekadetten danach auf den Leichenkreuze Emden. Schuhart war gerade eine Woche an Bord, da verließ das Schiff seinen Heimathafen mit Kurs Neue Welt. Über Madeira und St. Thomas wurde schließlich New Orleans erreicht. Danach ging es weiter nach Kingston auf Jamaika, St. Juan bis nach Charleston. Die Rückreise führte über Las Palmas und Santa Cruz nach Wilhelmshaven, das am 13. Mai 1930 erreicht wurde. Als nächstes kam Schuhart auf die Karlsruhe. Nach nur zwei Tagen an Bord des Leichenkreuzes verließ dieser am 24. Mai Deutschland. Das Schiff steuerte durch das Mittelmeer, führte durch den Suezkanal und danach an der kompletten Ostküste Afrikas entlang, rundete das Kap der Guten Hoffnung und machte in der Lüteritzbucht und der Walfis Bay Halt. Über Lobito in Angola fuhr Karlsruhe im Anschluss nach Südamerika und von dort über Vigo nach Deutschland zurück. Am 12. Dezember 1930 machte der Kreuzer in Kiel fest. Zum Jahreswechsel wurde Schuhart zum Feenricht zur See befördert und kam am 5. Januar 1931 zur 2. Abteilung der Schiffsstammdivision der Ostsee nach Stralsund. Die nächsten 21 Monate waren ausgefüllt mit den üblichen Schulungen. Der Offiziersanwärter besuchte einen Torpedo, Atelierie, Flachwaffensperr und einen Nachrichtenlehrgang, um am 1. Oktober 1932 auf das alte Linienschiff Schleswig-Holstein zur praktischen Bordausbildung versetzt zu werden. Nach den Flottenübungen im Frühjahr 1933 lief das Schiff im Juli und August schwedische und norwegische Gewässer an. Ein Jahr später befand sich das Linienschiff im gleichen Gebiet und besuchte Oslo und Ulvik. Otto Schuhart war bereits am 1. Oktober 1933 zum Leutern zur See befördert worden und wurde am 26. September 1934 zur 3. Marineartillerieabteilung Swinemünde als Kompanieoffizier bzw. als Adjutant versetzt. Zwei Jahre später finden wir den inzwischen zum Oberleutern zur See beförderten 27-jährigen Offizier bei der U-Bootsflotille Weddingen in Kiel wieder. Nach Besuch der U-Schule wurde er am 12. Juli 1938 erster Wacheoffizier auf U25 und im Dezember des gleichen Jahres der Kommandant des Bootes. Am 4. April 1939 übernahm Kapitänleutnant Schuhart U29. Am 19. August des gleichen Jahres verließ das Boot Wilhelmshaven. Den Kriegsausbruch erlebte es auf See. Kommandant Schuhart befahl unverzüglich den Marsch ins Operationsgebiet, um die Feindseligkeiten gegen Großbritannien zu eröffnen. Bis zum 14. September gelang ihm die Versenkung von drei Schiffen mit etwa 20.000 Bruttoregistertonnen. Drei Tage später, südwestlich von Irland, schrieben U29 der Kommandant und seine Besatzung Seekriegsgeschichte. Gegen Abend des 17. September empfing Kapitänleutnant Schuhart den Funkspruch eines anderen U-Bootes, das ihm ein Geleitzug in seinem Abschnitt meldete. Der Kommandant suchte daraufhin die Kim ab und entdeckte schließlich die Silhouette eines sehr großen Schiffes von geschätzten 10.000 Bruttoregistertonnen, das Zickzackkurs steuerte. Er hielt es zuerst für einen Amerikaner, den er passieren lassen müsste. Doch dann bemerkte er ein Flugzeug, das über dem Schiff kreiste, als würde es die See ringsum absuchen. Schuhart erkannte, dass er auf einen Flugzeugträger gestoßen war, der von vier Zerstörern begleitet wurde. Wegen der besonderen Höhe der Bordwand und der Gleichförmigkeit des Aufbaus war es für ihn nicht möglich, die Entfernung zu schätzen und überdies blendete ihn das Sonnenlicht. Ohne zu zögern griff der Kommandant von U29 an. Der Angriff musste getaucht erfolgen, da der Träger von den Zerstörern gesichert wurde. Schuhart konnte sein Seerohr jeweils nur ganz kurz ausfahren, um den Generalkurs des Gegners zu bestimmen. Er musste aufpassen, dass seine Position nicht frühzeitig entdeckt wurde. Durch den Zickzackkurs des großen Schiffes dauerte es zwei Stunden, bis sich beide Einheiten langsam näher kamen, ohne dass das U-Boot dabei in eine bessere Angriffsposition gelangt wäre. Schließlich führte der Träger eine starke Kursänderung durch und zeigte daraufhin U29 seine Breitseite. Er hatte sich in den Wind gestellt, um seinen Maschinen den Start zu ermöglichen. Dabei wurde er im Moment von nur zwei der begleitenden vier Zerstörer gesichert. Schuhart nutzte die günstige Gelegenheit und schoss gegen 19.50 Uhr drei elektrisch angetriebene Torpedos vom Typ G7E aus einer geschätzten Entfernung von etwa 3000 Metern gegen den Flugzeugträger. Zwei Treffer im Mitschiffs wurden erzielt. Der Riese kenterte und sank innerhalb von 20 Minuten. Der Kommandant vermerkte schließlich im Kriegstagebuch KTB, Die Geräusche sind so stark, dass ich den Eindruck habe, am Boot wäre etwas beschädigt. Jubel im Boot! Den Namen des versenkten Schiffes wusste er nicht. Den erfuhr er erst am nächsten Tag durch eine Meldung im britischen Rundfunk. Unmittelbar nach dem Angriff hatte er ganz andere Sorgen. Über zwei Stunden wurde U29 von den Zerstörern mit Wasserbomben schwer eingedeckt. Schuhart dazu im KTB. Die Besatzung wurde durch die mehrstündige Verfolgung stark mitgenommen und hat sich erst in den nächsten Tagen langsam wieder erholt. Courageous war das erste britische Kriegsschiff, das in diesem Krieg verloren ging und der erste Flugzeugträger überhaupt, der von einem U-Boot versenkt wurde. 579 Mann starben, 681 Besatzungsmitglieder wurden von Handelsdampfern gerettet und danach den Begleitzerstörern übergeben. Der Kommandant des Trägers, Captain W.T. McKay Jones, verblieb auf der Brücke und grüßte die Flagge, als ein Schiff in den Fluten versank. Nach dem Untergang jagten zwei britische Zerstörer das deutsche U-Boot über mehrere Stunden lang mit Wasserbomben. Vergeblich. U-29 entkam und kehrte am 26. September nach Wilhelmshaven zurück. Die vom britischen Rundfunk verbreitete Nachricht, das deutsche U-Boot sei vernichtet worden, war damit widerlegt. Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Reder, zeichnete die Besatzung aus. Kapitänleutnant Schuhart erhielt das Eiserne Kreuz EK 1. und 2. Klasse, die restliche Besatzung das EK 2. Der Befehlshaber der U-Boote, Konteradmiral Dönitz, notierte voller Stolz in seinem Tagebuch. Ein wunderbarer Erfolg. Der Wehrmachtsbericht vom 19. September 1939 verkündete stolz die Versenkung des Flugzeugträgers Courageous. Selbstverständlich schlachtete auch die deutsche Propaganda den Erfolg weitlich aus. Viele deutsche Zeitungen berichteten von dem großen Ereignis. Die Versenkung der Courageous veranlasste die britische Admiralität, die wertvollen Flugzeugträger künftig nicht mehr zur Jagd auf deutsche U-Boote einzusetzen. Den Grund finden wir in der Tatsache, dass alle anwesenden Geleitzerstörer trotz des eingebauten Estic die Anwesenheit des deutschen U-Bootes nicht bemerkt hatten. Auch ein weiterer Aspekt wurde zum Vorteil für die deutsche U-Bootführung. U-29 tauchte während der Verfolgungsjagd auf über 80 Meter Tiefe, obwohl damals nur 50 Meter erlaubt waren. Dönitz hob die Begrenzung der Tauchtiefe unverzüglich auf. Es gab keinen Grund mehr, dass vom Feind gejagte U-Boote nicht bis an die Grenze der errechneten Widerstandskraft und noch darüber hinaus tauchen dürften. Spätere Boote stießen bis in Tiefen von über 260 Meter vor. Und mehr als einmal retteten sie sich, indem sie tiefer tauchten, als die Wasserbomben des Gegners eingestellt waren. In einem Punkt war Schuhart vom Glück begünstigt, dass einige U-Boot-Kommandanten in der ersten Phase des Krieges nicht hatten. Zwei seiner drei abgeschossenen Torpedos funktionierten und detonierten ordnungsgemäß am Ziel. Anders bei Kapitänleutnant Glattes mit seinem U-39. Durch die vorzeitige Explosion von zwei auf den Flugzeugträger HMS Arc Royal abgefeuerten Torpedos mit Magnetzündung wurde sein Standort verraten. Begleitende Zerstörer versenkten das Boot. Die Besatzung geriet in Gefangenschaft. Kein Einzelfall. Wenige Tage später ging U-27 auf die gleiche Weise verloren. Ende Oktober schoss Kapitänleutnant Zahn mit U-56 drei Torpedos auf das britische Schlachtschiff Nelson. Die Aale trafen, detonierten aber nicht. Und selbst bei dem spektakulären Eindringen von Günther Prien mit U-47 in dem britischen Kriegshafen Skapafloh detonierten nicht alle abgefeuerten Torpedos wie geplant. Die ganz große Torpedokrise sollte erst im nächsten Frühjahr bei der Besetzung Dänemarks und Norwegens auftreten. Doch zurück zu Kapitän Lutnant Schuhart. Er führte mit U-29 bis Anfang Dezember 1940 noch sechs weitere Unternehmungen durch. Insgesamt versenkte er auf allen Feindfahrten elf Handelsschiffe mit 61.188.000 Bruttoregistertonnen plus die Courageous mit 22.500 Tonnen. Schuhart wurde zweimal namentlich im Wehrmachtsbericht genannt und als neunter Angehöriger der Kriegsmarine bereits am 16. Mai 1940 mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes hoch dekoriert. Nach seiner Zeit als Kommandant war er bis zum September 1944 hauptsächlich in der U-Boots-Ausbildung tätig. Das Kriegsende erlebte er als Korvettenkapitän und Kommandeur der 1. Abteilung der Marineschule Mürwig bzw. als Kommandeur des Marineschützenbataillons Schuhart. In der Bundeswehr diente Schuhart zum Schluss als Kapitän zur See bis zu seiner Pensionierung am 30. September 1967. Er starb am 10. März 1990 in Stuttgart. So, wir hoffen, unser Beitrag hat euch gefallen. Wenn ja, liked das Video, abonniert unseren Kanal und besucht uns auf Instagram. Wir sagen danke, tschüss und servus, bis zum nächsten Mal, euer Arena-Kalender.